Äh, wo ist die Kiste? Ähm, hi! Äh, wo ist die Kiste? Ja! Okay, ich hab was gefunden. Ich meine, du willst so Unterschlupfi-bubblechen? Ja! 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 Äh? Ja! 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 Nicht an der Hunde schlupfen, ne, der, oder? Doch, oder? Hä? Ich bin doch hier drin. Wo schwenke ich jetzt? Wo bist du? Paolo, du bist noch nicht da. Ich melde mich. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr habt eure Zahnbürsten eingepackt. Hey, wenn du was cooles findest, kehr damit. Was hast du da, Wiesboschlecher? Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Was ist das? Was? Wo bist du? Okay, dann nehme ich es mal in die Hand. Mir lass ich es fallen. Hä? Boah, wie will ich das jetzt? Hier davor immer noch in die Gebäude drinnen, also in den Gang. Wenn ich gerade Aschold Zombie um mich habe. Ich komme gar nicht durch. Und haben mich. Okay. 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 Okay, Brüder. Oh, 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 oh. Hier bei mir, ich bin die Treppenhoch, also die Treppenhoch, genau hier. Oh, scheiße, wir werden gar nicht hoch. Oh. Hier unten lang. Aber das ist auch so, dass du. Oh, das spinn ich, ne. Oh, ich muss das fallen lassen. Ah, scheiße. Ja, ich hab's aber zu spät. Oh, ich hab's aber zu spät. Um, 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 um. Verpestig! Was? Sion! Nah Nein Wo ist das? Da beim Blauen oder was? Pfeil, blauer oder gelber? Ne, blauer! Zum gelben muss das ja hin! Nein, das liegt da! Hm, bin ich beim Blauen Pfeil auf der Kante? Ja Okay Ja 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 Ich bin Warte Wenn ich hier rauskomme Geht mir nicht auf den Senkel Ich bin da oben verreckt Da bei der Rolltreppe Ich hole es Da oben war es doch, ne? Ja 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 Da liegt es jetzt nicht, wieso liegt es da nicht mehr? Ah, jetzt gucke ich auf die Karte und dann verreck ich, oder was? Hä, wo bist du? Ah, jetzt gucke ich auf die Karte und dann gucke ich auf die Karte und dann gucke ich auf die Karte. Einem Graben präpariert und das Radio voll aufgedreht. Als genug Zock, bis er waren, habe ich sie in die Luft gesprengt. Boom! 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 Beeilung! Der Tag endet bald! Oh, was für eine Scheiße! Beeilung! 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 Weiß aber hier auch nicht! Beeilung! Echt jetzt? Ich dachte dieses Schildkröten-Eli... Oh! 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 Okay. Oh. Do-do-do. Ja, voll. Ja. Du musst das andere auch mal runterladen. Das braucht nicht viel. 10, nicht mal 10. Was? Dead Island. Das kannst du aus Story 2 spielen. Das andere Zombie. Das braucht nicht viel. Gigabyte, das Spiel. Ja. Ja, so 14, 20. Ja. Ja. Was ist das hier? Ja. Bereit für den Start in den Tag? Ich bin ganz sicher. Ich geb dir Deckung. Na, ich mein grad Andi. Ja. 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 Ich glaub hier geht's nur zu zwei. Ne, geht auch zu mir ein. Keine Ahnung. Geht hier auch zu mir ein. Keine Ahnung. Hey, hör auf damit. Du stehst im Weg. Diese Arschlöcher gefährdet dir nichts. Mach die Halle. Paolo, hast du Bock? Auf das andere ein bisschen zu zucken. Mach's nochmal, Paolo? Ja, es geht ja schnell. Ich glaube, das war ich 15 Minuten. 14.20. Also ich hab alles angeklickt. Also nach der Runde halt. Das war's, was ich. Ja, nein, années, links sind. Ja, nein, nein, nein. Jetzt sind wir hier noch zu mir. Ja, nein, nein, nein. Es gibt doch wirklich noch zu Sachen. Also hier, oder? Aua! Aua! Damit ich mit Paolo die Runde gemacht habe. Leider ziehe ich es auch runter. So gefällt mir das. Ich sag Bescheid, wenn ich was gefunden habe. Bleibs am Leben. Okay, hier. Hopper, wachst du denn los? Dieser Zombie muss weg. Mein Zombie-Kill-Konto braucht eine Angst haben. Klar willst du das. Sehr gerne. Beide? Was ist das? Alle wo es gibt. Alle wo es gibt.